Das Samsung Galaxy Note Edge dürfte wohl das spannendste Smartphone dieses Jahr sein. Bevor ich darauf zu sprechen komme, einmal kurz zu dieser Premium Edition. Die beinhaltet einmal dieses Flipcover hier, das zeige ich euch am Ende nochmal. 64 GB Speicherkarte und so ein Heftchen mit den wichtigsten Funktionen im Überblick. Also das, was eigentlich eine Bedienungsanleitung sowieso leisten sollte. Hier nochmal in gedruckter Form. Deswegen, das können wir jetzt mal getrost beiseite legen und ums Gerät uns jetzt näher mal kümmern. Denn das ist natürlich wirklich super spannend. Denn hier dieses Seitendisplay, ihr wisst es, ihr habt es auch bestimmt schon gesehen auf der IFA. Das geht halt hier so um die Kante herum. Ich hoffe, man kann das jetzt hier ganz gut so erkennen. Da kann man auch einige witzige Sachen mitmachen. Da komme ich dann gleich nochmal später darauf zu sprechen, wie das geht. Vor allem die Frage ist ja, ist das jetzt eine technische Spielerei oder Angeberei oder bringt das tatsächlich in der Praxis was? Das klären wir alles gleich. Zunächst wollte ich aber euch auch nochmal den Vergleich hier bieten mit dem Galaxy Note 4. Dass man einfach mal sieht, das ist im Prinzip das gleiche Gerät, nur eben mit diesem Seitendisplay. So kann man sagen, es gibt marginale Unterschiede, auch von den Formaten und Maßen her. Gut, dann sind es eben halt jetzt 174 statt 177 Gramm. Und auch vom Display hier, man sieht, es ist etwas anderes Format. Komme ich jetzt auf 140 Millimeter statt 144 in der Diagonale. Oder wenn ihr es so lieber mögt, 5,67 Zoll, 5,53 Zoll. Das macht einen Unterschied in der Fläche von etwa 2%. Dafür habe ich halt hier dieses Randdisplay. Vor allen Dingen habe ich halt auch wieder dieses QHD. Das heißt 1440 x 2560 Pixel Panel. Also ultra hochauflösend. Hier beim Note 4 sind es 518 ppi. Hier sind es 531. Das sieht man aber natürlich nicht. Damit gehören die mit zu den top schärfsten Geräten derzeit überhaupt hierzulande. Also was richtig Feines. Auch die weitere Ausstattung ist absolut identisch. Das heißt, ich habe auch hier wieder diesen Fingerabdrucksensor. Ich habe hinten den Pulsmesser, 16 Megapixel Kamera, optischer Bildstabilisator auch wieder. Videos in 4K, LTE und so weiter und so weiter. Was das betrifft, absolut identisch. Und gebogenes Display hin oder her. Das finde ich wirklich vorbildlich bei Samsung. Man kann den Akku auch wieder austauschen. Und der hat, das ist jetzt der eine kleine Unterschied, 3000 mAh im Vergleich zu 3200 mAh hier beim Note 4. Wobei das ja schon sehr, sehr gut gelaufen ist. Im Test 32% über Durchschnitt aktuell. Das heißt, selbst wenn das hier vielleicht ein, zwei Prozent nachlassen sollte, trotzdem ist da immer noch reichlich Raum nach oben. Wie gesagt, hier Speicherkartenslot und so weiter. Also das ist alles identisch. Ganz kleine Abweichung, wie gesagt, an dieser Stelle. Und natürlich, vielleicht sollte man auch das noch mal kurz betonen. Ich habe selbstverständlich auch hier wieder diesen Stift. Das gehört natürlich zu einem Note. Das heißt, auch hier wieder exakt identisch dieselben Funktionen, ausnahmslos, wie auch bei dem großen Note. Habe ich halt hier wieder auch alles mit dabei. Ja, wie gesagt, versteht sich eigentlich von selbst. So, jetzt wie gesagt die Preisfrage. Was fängt man mit diesem Ding überhaupt an? Was bringt das? Zum einen kann man hier einmal so seitlich durch verschiedene Panels scrollen. Also hier zum Beispiel wären jetzt Benachrichtigungen. Hier kann man die am häufigsten benutzten Kontakte nochmal dazwischen packen. Sportnachrichten beispielsweise sich hier einblenden lassen. Und halt gewisse, ja, als App-Launcher zusätzlich sozusagen hier das Ganze einblenden. Und wenn man hier einmal von unten nach oben wischt, da kommt man dann in die entsprechenden Einstellungen direkt rein. Und das hier sind diese Panels, die ich euch da gerade gezeigt habe. So sieht das dann hier aus. Da kann man hier auswählen, welche man haben möchte. Weitere runterladen. Und natürlich auch die gesamte Ansicht konfigurieren. Was eigenes gestalten, eigene Designs, was da bei den Sportnachrichten beispielsweise angezeigt werden soll, kann man da alles frei konfigurieren. Und natürlich auch hier nachts, wie die Ansicht aussehen soll, in welchen Zeiten die sich melden soll und so weiter. Das passiert hier drüber. Hier oben über dieses Sternchen, da kann man dann definieren, welche Apps man hier haben will. Also ob man jetzt irgendwie sagt, nö, das will ich jetzt nicht mehr. Will ich lieber das hier stattdessen da drin haben. Natürlich auch die Positionierung ändern, wie man lustig ist. Und dann habe ich dann anschließend, kann man hier natürlich auch durchscrollen, meine am häufigsten benutzten Apps dann hier unten drunter liegen. Und von oben wiederum, da kann man hier noch was runterwischen, was jetzt Samsung direkt installiert hat. Also hier beispielsweise so ein Diktiergerät, die Taschenlampe, sprich für hier hinten die LED auf der Rückseite, Countdown, Timer. Und ganz witzig finde ich ja das hier, wenn man jetzt auch automatisch seinen kleinen Zollstock mit dabei hat. Naja, also auf jeden Fall optisch sieht es gut aus. Ob man das jetzt in der Praxis wirklich jemals benutzt, ich weiß es nicht. Zumal, auch das sollte man vielleicht einmal ganz kurz zeigen. Wobei ich glaube, dazu muss ich mal näher drauf gehen. Also man sollte das jetzt nicht für ganz bare Münze nehmen. Das heißt, wenn ich das hier mal hoffentlich für euch auch sichtbar übereinander lege, also da ist bei 10 Zentimetern sieht man dann ungefähr einen Millimeter Abweichung. Das heißt also jetzt, wie gesagt, nicht danach irgendwelche ganz teuren Geräte kaufen oder sowas und sich nicht wundern, dass die hinterher irgendwie ein Millimeterchen größer oder kleiner sind. Also das nicht. Aber wie gesagt, so als grobe Pi mal Daumenschätzung kann man das halt hernehmen. Ja, das sind diese Geschichten hier. Und vor allen Dingen, das finde ich jetzt am anschaulichsten. Eigentlich, wenn man jetzt beispielsweise mal die Kamera startet, da wird dann halt deutlich, was für ein Potenzial in diesem Zusatzdisplay hier hinten steckt. Also zum einen, man sieht gleich da, wo der Finger dann auch zu liegen kommt, habe ich dann jetzt hier den Auslöser. Der Rest ist absolut identisch, so wie man das von anderen Samsungs her auch kennt. Und auch mit diesem Modi und runterladen und verwalten und so weiter. Das dann leider Gottes hier teilweise nur wieder im Hochformat, was ich halt gerade bei so großen Tapphones schwierig finde. Also da würde ich immer sagen, komplett im Querformat bitte. Da kommen wir bestimmt auch noch hin. Aber das ist sowas. Oder hier beispielsweise auch im Musikplayer. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da was auswähle, was GEMA-frei ist, damit ich hier keine juristischen Probleme bekomme. So, Wiedergabe. Und dann sieht man halt hier, das funktioniert natürlich auch, wenn ich jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal beispielsweise im Browser bin, dann kann ich diese Ansicht auch hier wieder irgendwo, hat sie sich hier versteckt, da ist sie, genau. Dann kann ich halt sagen, spring vor, spring zurück, Start, Stopp. Also die wichtigsten Sachen. Und natürlich halt hier auch, was gerade da wiedergegeben wird. Das, wie gesagt, wenn das jetzt diese Schnittstelle ist, ist ja auch für Entwickler inzwischen geöffnet worden. Wenn man sich dann mal vorstellt, was da alles wohl noch Pfiffiges kommen mag, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das großen Anklang finden wird und hoffentlich auch nicht das letzte seiner Art geblieben sein wird. So, und jetzt kommen wir, wie gesagt, zum Flipcover gehört. Wie eingangs gesagt, zur Serienausstattung dieser Premium Edition. Und bedeutet natürlich vor allen Dingen, dass man einerseits hier einen gewissen Schutz hat, nicht für dieses Ding hier auf der Seite. Das muss man auch klar sagen. Denn das soll ich ja sehen können. Jetzt hier zum Beispiel halt standardmäßig mit Datum, Uhrzeit. Und wenn man es öffnet, dann ist natürlich automatisch auch das Display aktiviert. Aber hier kann man sich dann alles Mögliche oder wie gesagt auch nachts dann gewisse Dinge vorstellen, was da eingeblendet werden soll, Wecker und so weiter. Und hast du nicht gesehen. Das finde ich ja soweit prima. Was mich allerdings wundert, obwohl hier hinten ja Kontakte bereits auf der Rückseite sind, dieses Flipcover ist leider Gottes nicht Qi-kompatibel. Das heißt, unterstützt nicht dieses drahtlose Laden. Wer das möchte, muss sich wiederum ein anderes Backcover kaufen. Zusätzlich, obwohl sich das Ganze ja Premium Edition hier nennt. Weil standardmäßig das, was hier dazu geliefert wird, das unterstützt ebenfalls nicht Qi oder überhaupt irgendwelche drahtlosen Ladestandards. Das heißt, ich muss da zusätzliches Geld ausgeben. Und vor allen Dingen, was ich bedauerlich finde, ist, also zumindest jetzt hier bis heute zum heutigen Stand, habe ich noch im Internet kein Cover finden können, was kompatibel wäre zum Edge. Und das sowohl Flip hat, also mit dieser Frontklappe, als auch Qi drahtloses Laden. Das heißt, entweder muss ich mir entscheiden, will ich diesen Deckel haben oder will ich drahtloses Laden haben. Das finde ich ja dann schon mal wieder schade, weil bei so viel Geld, wir reden hier über eine unverbindliche Preisempfehlung von 899 Euro, also nochmal 200 Euro mehr als beim Note 4. Unverbindliche Preisempfehlung, wo gemerkt, das ist dann schon sportlich, möchte ich meinen, dass man da nicht mal ab Werk drahtloses Laden unterstützt. Aber es ist, wie gesagt, durchaus spannend und interessant und was ganz Besonderes. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es trotzdem viele Leute gibt, gerade jetzt vor Weihnachten vielleicht, die sagen, ach, das muss ich haben. Das ist einfach klasse, weil, wie gesagt, man kann durchaus auch was damit anfangen. So, damit hoffe ich, euch jetzt ein bisschen weitergeholfen zu haben bei eurer Entscheidung. Möchte euch abschließend noch bitten, seid doch noch so freundlich, meinen Kanal zu abonnieren und auch weiter zu empfehlen. Dafür im Voraus schon ganz herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020